Alter, Alter. Ahahahahaha! Ahahahahaha! Uhuhuhu! Uhuhuhu! Daddy! Geil. Ahahahahaha! Wasser. Erde. Feuer. Luft. Ahahahahahahaha! Ahahahahahahaha! Tjooprobleme. Tjooœds! Yo Leute, water turkospiisoka! Euer cutta Marketing ist mal wieder am stiesele. Und ja, meine Freunde, ich bin mal wieder zurück für euch... mit dem YouTube Kacke CARKE-Contest, es kamen ja Ewigkeiten nicht mehr. Und jetzt dachte ich mir, es muss wieder sein, der Contest muss weitergehen, Freunde... wie gesagt, wurdet Euch nicht, wenn ich eure kacken nicht verlinke, sondern es würdet Euch nur den Namen ein. Wie gesagt, er 3Pazierte kriegt ja ein Shootout von mir, der 2Pazierte keine Ahnung was der bekommen hat und der Driftplatzierte kriegt eine PSN-Karte. Ist schon schninsch auf jeden Fall. Auf jeden Fall Daumen hoch für die Aktion schon mal, Freunde. Dann mache ich vielleicht sowas ja mal öfter, mal schauen. Auf jeden Fall schreiben wir wieder Grüße unter das Video, denn am Ende des Videos kommen wieder neue Grüße von Katas Grüßebuch. Haha, nicht Gästebuch, Freunde. Ich habe euch jetzt Lel und Saas. Auf jeden Fall, Freunde, in die Kommentare. Hashtag Team Katar, Hashtag ihr seid die Ehren-Sosa, Freunde. Absolut schninsch. Auf jeden Fall habe ich schon auf Instagram geleakt, dass bald mein Merch rauskommt und das wird so lustig. Ich glaube, da kann man so viel Scheißen machen, so schninsch und schmansch und schälisch, so richtig bescheuerte Wörter aufs T-Shirt hauen. Bestimmt ganz Lel und Seas. Mal schauen, was sich da machen lässt. Aber jetzt würde ich sagen, Freunde, wir schauen uns einfach die Contests wieder an. Ich habe wieder vier neue Videos rausgesucht, aber es kommt noch ein Video, denn es sind nochmal, glaube ich, vier Videos. Das passt nämlich perfekt und ich bin sehr gespannt. Und wir fangen an mit träumerisches Ahnungsvermögen. Richtig schninsch. Auf jeden Fall, Freunde, wäre es auch geil, wenn ihr einfach mir ein Follow auf Insta da lassen würdet und ein kostloses Abo auf YouTube, Freunde. Ich habe Bock auf die 9.000 und dann habe ich Bock auf die 10.000. Das wäre absolut krank, wenn wir das dieses Jahr noch schaffen würden. Deswegen teilt gerne meine Videos und meinen Kanal, Freunde, wäre geil von euch. Auf jeden Fall, Freunde, wir machen mal Vollbild und schninschen mal. Und wie gesagt, Freunde, ihr müsst oben bei den Abstimmungen abstimmen, welches von euch die geilste YouTube-Kacke von allen war. und irgendwann gibt es dann so, ja, drei Platzierungen und die haben dann gewonnen. Schön, was geht. Euer Kader ist mal wieder. Also, bis jetzt. Alles klar. Ich kann wetten, YouTube sagt wieder, nicht werbefreundlich, obwohl man nix erkennt. Ich weiß gerade, das ist super. Jetzt brennt es, Alter, ist aber schon einfach. Alter, schweiß, ey. So, noch mal weiter. Komm, ich wohne. Scheiße, Alter. So viel dazu, Freunde. Fake-Lache, oder? Wahrscheinlich, Alter. Bei mir ist echt jedes Video, habe ich die gleiche Lache, Alter. Aber da ist richtig eskaliert, Freunde, bei der Challenge. Oh, Mensch, das ist geil gewesen. Warte, Freunde, ich muss mich nochmal gönnen. Schnell mit seiner Lache. Kerk am Stock, oder? Na, haben Sie was verstanden? Tut mir sehr leid. Das ist kein Türkisch. Das ist kein Türkisch. Schalt die Fresse. Okay, das muss ich zensieren, wie das aussieht. Wie geil ist der Übergang. Shit happens. Scheiße, Mann. Wie behindert, Alter. Das ist kein Türkisch. Das kann man nur als Thumbnail nehmen. Wie das aussieht. Alter. Also, träumerisch Seelvermögen. Erstmal noch Props an dich, Alter. Das war jetzt gerade echt absolut krank. Machen wir hier nochmal ein bisschen lauter. Und herz Willkommen bei der nächsten Challenge. Diesmal wieder mit dem Kack. Was war das, Alter, Freunde, wie das aussieht. Wie geil ist der Effekt. Diesmal wieder mit dem Kack. Servus, Leute. Ich bin's. Kack, Kack. Kack, 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 Kack. Kack, Kack, Kack. Ich würde schon wieder gerne so eine Challenge machen mit Schnentsch. Der ist ja nur noch unterwegs, der alte Gürtleck. Keine Ahnung. Sobald dieses Ding in der Mitte krümelt, muss man ganz schön auf den Kopf drücken. Wenn man das nicht rechtzeitig macht, dann geht man an Elektroschock. Elektroschock. Genau, wenn man zwischendrin einfach reiht und schwarz drauf schockt, drückt, drückt, dann passiert da genau das gleiche, hier, mit dem Eck! Du Deutscher! Ach, Deutscher! Boah, Alter, jetzt geht es aber nur um! Ja, Alter! Sie sag ja, du schlau, Alter! So muss es halten! Jetzt brennt es, Alter! So, beiß rein! Beiß rein, sensehirte Friend! Na nice! Ey, ich muss auf all'n Videos lauter machen! Schön! Leute, und herzlich willkommen, um 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 um! Bei der nächsten Challenge, diesmal wieder mit dem Kappa! das neue album niemals erhältlich wer weiß alter kater am stessele wie geil alter das kommt aus dem scheißhaus kommt der kerle hier natürlich ihr müsst mal wie der titel heißt extrem bondage challenge i'm gonna rape you 20 minuten später das ist ja übertrieben krank das geile ist einfach jede youtube gang ist unterschiedlich das ist wahnsinn wie geht es wasser erde feuer luft was ist das denn gewesen wie kommt man denn auf so ne scheiße alter wie kommt man auf sowas wasser ich hole schon wieder viel geiler luft da muss ich erstmal runterkommen was soll das denn alter shock die wie alter schlingel das video ich probiere gleich die rote mach aber bitte komplett die rote wie geil wie geil wässt du schon dann wärs schnätscher servus leute hoffs geht boah isst ich bin auch wieder wie die 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 genau und heute geht es nicht darum dass wir irgendwas scharfes in uns reinballern und danach äh drei tage lang scheißen gehen Nein. Diesmal geht es darum, wer kann schneller scheißen auf den Tisch. Wie laut. Also es geht darum, wer kriegt zuerst Wasser runter, danach die Marshmallows, danach die Zitrone essen, danach die Marshmallows, danach die Zitrone essen, danach die Zitrone essen, danach die Zitrone essen, danach die Zitrone essen, ich liebe diese Filter so sehr. Schreckt halt wieder. Ne halbe pro Cock. Danach gibt es noch ein kleines Zimt. Ne halbe pro Cock. Ja und wenn ich Kotz gewinne mit einem eftigen und sauberen Abgang. Smoke weed everyday. Beides 0,7 Flaschen. Und wir fangen an. Die Fresse von schnell. Scheiße Alter, das ist echt geil ey. Und wir fangen an. Ohhhh. Ich komm mit, ich glaube ich, wie lange geht das Video schon? Fast 10 Minuten, dadurch ich grinste die ganze Zeit, George. Mein Arsch brennt immer noch von der FD-Chelt. Ich trinke nicht so viel. Ich bin gut für den Arsch. Alter, ich staunt sein. Was kommt eigentlich danach? Jo Freunde, das war es mit diesem Video. Boah, ey Freunde, also wer da kein Like da lässt, der ist doch echt geisteskrank, oder? Wie behindert waren die YouTube-Kacken? Also wirklich Props an alle vier Freunde. Absolut krank, was ihr da schon wieder abliefert. Heftig, Mann. Auf jeden Fall, Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis dahin, euer Cutter. Und jetzt kommen auch die Grüße. Und Grüße gehen raus an... Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dann, euer Cutter. Ciao. Bis dann. Bis dann! Et wenn zum nächsten Mal. N有點 Tja. Bis zum nächsten Mal.